Ein Warnschuss, dieses unterkühlte, ey, ich kann das ja und ich treffe jetzt jeden Ton, ja, und ich bin gut, das berührt einen dann irgendwann nicht mehr. Doch kein Stuss, nicht? Reden Sie doch kein Stuss, Sie weißer Herr, Sie, Mann, Sie sind doch nicht ganz voll. Ja, ja, ist ein Skandal. Sie sind ein Skandal. Von dir sowieso, ey, die singt mit Gefühl, ey, die trifft die Töne, das weiß ich, ja. Auch wenn du da jetzt so stehst, das wirkt arrogant, unterkühlt, bisschen so, nee, aber vielleicht ist es die Angst. Rede kein Quatsch. Doch einmal diese kleine Ehrlichkeit hier zu sagen, Sie haben sich zutiefst geirrt. So bin ich nicht, so arrogant und so, so bin ich nicht. Und das verletzt mich auch, wenn das so rüberkommt. Mir ist aufgefallen, dass jedes Mal, wenn jemand ein Problem hat in der Gruppe, du bist an allererster Stelle da und versuchst, die Leute zu helfen. Für mich heißt das, du bist nicht arrogant. Danke schön.